Servus, da ist der Peter vom Andor Flacher und der Bromian. Endlich komme ich auch einmal dazu, heute auf die Piste zu gehen. Es hat so viel Schnee gegeben, es ist so ein herrlicher Tag heute und super Pistenbedingungen. Wir sehen uns. Servus. Ja und beim Gipfelsteigen da oben ist der Scheidepunkt zwischen Wackrein und Flacher. Da oben muss man sich entscheiden, wo man hin muss zum Schluss. Wir werden dann noch kurz hängen können. Das Wichtigste beim Skifahren ist natürlich auch der Einkehrschwung. Jetzt gehen wir mal was essen und was trinken. So, jetzt sind wir auch wieder auf dem Berg und jetzt geht es ein in die Hütte. Groß Freizeit. Ja. doo Untertitelung des ZDF, 2020